Kein Schwein will hierhin, keine Sau interessiert sich für Lünen, als Urlaubsort kann es niemandem dienen, denn Lünen hat keine Dünen. Es hat keinen Strand, keinen Schwarzwald und keinen Alpenrand, doch es hat, und das ist allerhand, Lünen hat sechs große Bühnen. Kulturell gibt's viel mehr, als nur das Heinz-Hilpert-Theater, ehe irgendjemand hier die Nase rümpft, es gibt noch Cineworld 1 bis 5. Kulturell gibt's viel mehr, als nur das Kulturell gibt's viel mehr. Kulturell gibt's viel mehr, als auch nur das Kulturell gibt's viel mehr.